Grüß euch miteinander, mein Name ist Jürg Wenger und ich wohne im Pfarrhaus in Signau. Eine Schar ältere Männer und Frauen sind beieinander gehockt, für einen fröhlichen Nachmittag zusammen zu verbringen. Es ist allerhand geboten worden, die die Seele und das Gemüt erfreut. Und zwischen ich habe sie noch genug Gelegenheiten gehabt, miteinander von alten Zeiten und vergangenen Erlebnissen zu berichten. Zwei Frauen haben noch vertraute Lieder gesungen, ein Paar haben mitgesungen, weil ihnen die Worte nicht mehr so gelaufen waren. Ein Lied ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Es hat angefangen mit den Worte, bis zu Frieden mit dem Heute. Und weiteres ist sie gesungen, Freude am sonnigen Morgen, Freude am Vogelgesang, Freude an jeder Blume, die mir blüht am Weg entlang. Ich habe gespürt, wie das Lied viele Leute berührt hat und wie die Worte sind ins Herzen gegangen. Natürlich weiss ich, dass man nicht gerne nur zufrieden sein kann mit sich selber nicht und mit anderen auch nicht und mit vielen Sachen, die auf der Welt passieren, erst recht nicht. Es gibt durchaus eine nötige Unzufriedenheit. Aber auf der anderen Seite ist der Aufruf zur Zufriedenheit doch auch gerne dringend nötig. Wir verlangen meistens so viel vom Leben und vom sogenannten Schicksal. Wir haben grosse Träume und schmieden wunderschöne Pläne. Und wenn das dann nicht passiert, von mir anfangen zu hadern und sie Unzufrieden mit der Welt und fühlen uns enttäuscht und benachteiligt. Und eben genau darum sollten wir in Erinnerung gerufen, was die beiden Frauen gesungen haben. Bist zufrieden mit dem heute? Vielleicht haben sich die grosse Träume nicht erfüllt. Gestern nicht und heute auch nicht. Aber hat nicht die Sonne heute Morgen geschonnen? Habe ich nicht einen Menschen getroffen, der zu mir freundlich war? Habe ich nicht ein Kind gesehen, das mich angelachet hat? Warum warten wir gerne auf das grosse Glück? Es kann ja auch ein kleines Glück sein, das mich fröhlich macht und mein Herz erfreut. Nach dem kleinen Glück, das dich heute wieder suchen. Ich wünsche euch einen gefreuten Tag und ein zufriedeniges heute. Auf Wiederhören miteinander. und ein Ei zuerst. Und das geht nur. Du bist ein Herz. Und das geht nur. Und dann kann ich mir das gerade noch ein kleines Glück sein. Ich brauche.